Oscar-nominierte Filme sind nicht immer hochwertige Filme und hochwertige Filme sind nicht immer Oscar-nominiert. Das ist die Weisheit, die man schon seit Jahren kennt und Spotlight ist ein Oscar-nominierter Film. Ob er denn auch ein Film ist, der nicht so gut ist oder seine Nominierung vielleicht doch eher verdient hat, das verraten wir euch jetzt in der folgenden Review. Benny ist mal wieder dabei, den habt ihr alle vermisst, ich auch. Jetzt geht's weiter, los geht's, Spotlight on für unsere Review. Oh Gott. Wir sind Smoothies. Spotlight, das Ensemble-Stück von Tom McCarthy, ist für sechs Oscars nominiert zurzeit und dementsprechend hoch waren auch die Erwartungen, als ich ins Kino gegangen bin, um mir diesen Film anzuschauen. Ja, was kann man dazu sagen? Spotlight ist ein Film, ein Drama, ein großes Hollywood-Drama, eben auch ein Oscar-Drama, was eben auch genau diese Schiene geht, was die Thematik angeht. Es geht um Kindesmissbrauch in der Kirsche. Was man dazu sagen muss, ist, dass er sehr langsam und eher holprig in Fahrt kommt und dass der Film tatsächlich auch über die Länge von fast zwei Stunden zehn, also 130 Minuten, auch nicht wirklich in Fahrt kommt. Um direkt mal im Ton des ganzen Films zu bleiben, muss ich mal wieder gestehen, dass ich mich schlechter Filmkritiker, wie ich bin, im Vorhinein gar nicht zum Film informiert habe. Ich bin einfach mal rein, weil ich dachte so, die letzten Streifen in diese Richtung, die in den letzten Jahren für die Oscars nominiert waren, die mochte ich immer. Imitation Game geht in eine ähnliche Richtung, den fand ich okay. Dallas Buyers Club fand ich sogar super gut, muss ich sagen. Und das ist auch so grob, sage ich mal, falls Leute da eine Einordnung brauchen. Und die Schiene, in die auch Spotlight fährt, sucht sich ein ernstes, schweres Thema und versucht das irgendwie der Zielgruppe und der Zuschauerschaft ein bisschen näher zu bringen. Das Tempo des Films bleibt auf einer ruhigen Ebene, was eben auch wahrscheinlich an der Schwere und Ernsthaftigkeit des Themas an und für sich liegt. Das Thema wird schwer vorgetragen. Es wird weitestgehend auf hektische Schnitte verzichtet, wobei man aber trotzdem einige Schnittarbeiten in dem Film hervorheben muss. Da gibt es eine ganz schöne Parallelmontage von zwei Interviews, die geführt werden und generell sind auch einige Gespräche zwischen zwei Personen schön inszeniert worden, insofern, als dass zum Beispiel die Kamera näher zu den Personen gestellt wurde, um einfach die Nähe des Gesprächs besser einzufangen. Und das muss man auch sagen, das macht der Film auch ganz gut, jedoch eben in einem insgesamt eher langsamen Tempo. Ich hätte mir von Spotlight an der Stelle vielleicht ein bisschen mehr erwartet, weil er eben ja gerade für den Schnitt auch nominiert ist für einen Oscar. Und an der Stelle frage ich mich dann, ob das, was dieser Film mir dargeboten hat, wirklich schnitttechnisch so überragend ist. Und das ist es in diesem Fall nicht. Es ist zwar interessant, es gibt einige schöne Ansätze, aber insgesamt geht es halt, ist, sagen wir, das Filmische der Thematik an und für sich untergeordnet. Das Erste, was mich so ein bisschen direkt am Anfang des Films auch gestört hat, ist, dass sich das alles so ein bisschen gehemmt angefühlt hat von Schauspielerseite aus. Michael Keaton kennt man aus Birdman jetzt, dass der was abliefern kann. Mark Ruffalo ist ein guter Schauspieler. Und auch Rachel McAdams, ja, von der kenne ich jetzt nicht so viel. Aber das, was ich in dem Film gesehen habe, lässt mich auch darauf schließen, dass die durchaus noch bessere, größere, emotionalere Rollen spielen kann. Denn das ist irgendwie der nächste große Punkt, über den ich reden möchte, ist die Emotionalität des Films. Es passiert oft, und das muss man Spotlight eigentlich zugutehalten, dass solche schweren, kritischen Themen, wie jetzt hier Kindesmisshandlung in Filmen, so richtig emotionalisiert werden. Und das haben sie hier relativ gut umgangen. Es wird nie so auf eine Tränenbrüse gedrückt. Das ist relativ angenehm. Das war zum Beispiel mein Problem mit Imitation Game, wenn ich darauf jetzt mal nochmal zurückgreife. Es wird hier eher so nur auf Informationen basierend gearbeitet. Und genau so wird dem Zuschauer die Thematik auch näher gebracht. Allerdings, muss ich dann da leider Gottes sagen, ist eben dafür, dass es so eine schwere Thematik ist, mir persönlich, das ist natürlich auch immer jetzt eine Empfindungssache, also für mich persönlich hatte dieser Film in Bezug auf Kindesmissbrauch jetzt keinen Mehrwert, im Sinne von, der vermittelt mir jetzt was, was ich noch nicht wusste. Und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, die Imitation Game zum Beispiel, konnte mir immerhin die Person des Alan Turing näher bringen. Dallas Buyers Club hatte da ein paar schöne Sachen, wenn es um die Aids-Thematik ging. Aber das hat mir hier so richtig gefehlt. Die Thematik wird in dem Film sehr gut aufgegriffen. Und generell wird auch mit diesem ernsten Thema gut umgegangen. Man sieht halt eben, was für eine Brisanz das Thema hat. Und das kommt auch über den Film ganz gut drüber, vor allem gegen Ende, wo dann auch der Film seine Stärken hat. Gegen Ende muss man auch ganz klar Mark Ruffalo hervorheben, der dann auch eine Szene hat, in der er wirklich glänzen kann. Und da zum Beispiel seine Oscar-Nominierung verdient hat. Wobei ich ihn auch am Anfang des Films eigentlich ziemlich stark finde. Aber vor allem gegen Ende, wie gesagt, er dann den Film quasi auch selbst besser macht und der Film dann auch besser wird. Er entwickelt sich eben genauso, wie sich auch das Team weiterentwickelt oder nicht weiterentwickelt, sondern neue Fakten sammelt und sich weiter recherchiert. So entwickelt sich der Film eben auch. Und man beginnt immer mehr Verständnis für die Thematik zu haben. Und das macht der Film gut. Er vermittelt das grandios und eben auch, er zeigt eben ganz klar, was das damals für Auswirkungen hat. Auch für die Stadt Boston und generell eben auch weltweit, was auch schön gelöst wurde am Schluss, als es dann noch andere Städte gezeigt wurden, wo es eben ähnliche große Missbrauchsfälle gab. Was mir auch dahingehend dann gefehlt hat, ist, dass der Film so ein bisschen viel zu brav war teilweise. Weil, ja, ich finde, man kann in der heutigen Zeit, wo eine aufgeklärte Medienzeit, in der wir dann doch irgendwo leben, schon erwarten, dass so ein Film sich mal ein bisschen mit der tieferen Materie auseinandersetzt und eben nicht nur so an der Oberfläche kratzt. Und das meine ich eben mit brav. Der Film thematisiert halt Kindesmisshandlung. Und das ist was Schlimmes. Aber trotzdem hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht, dass es halt in eine tiefere, psychologischere Ebene geht. Und das ist hier leider überhaupt nicht gegeben. Alle unsere Charaktere im Film sind Informationsmaschinen, die halt nur Journalisten sind. Es sind keine ausgearbeiteten Charaktere. Was jetzt in dem Konstrukt nicht mal was Megaschlimmes ist, weil es eben im großen Teil um die Thematik geht. Aber dann muss ich eben wiederum sagen, wenn die Thematik dann nur so lauwarm aufbereitet wird, ist es dann im Gesamtkontext leider auch nicht so wirklich ausreichend. Weil sich der Film halt die ganze Zeit irgendwie so... Also, der wollte schon irgendwie auf eine Wunde drücken, so. Aber was bringt es, auf eine Wunde zu drücken, wenn du die Wunde nicht selbst aufreißt, so. Und das ist eben genau, finde ich, die passende Metapher für den Film. Der sich nämlich versucht, was zu trauen, aber irgendwie letztlich daran scheitert. Dann helfen ihm auch nicht so die guten Schauspieler, die er hat. Und die Tatsache, dass er sich da mit einem kontroversen Thema auseinandersetzt, kann ihm dann zwar eine Oscar-Nominierung bescheren und vielleicht auch ein paar technische und individuale Nominierungen im Sinne von Schauspielerei. Aber mehr ist es dann leider auch nicht. Bei so einem Ensemblestück fällt es eben auch immer schwer, jedem Schauspieler seinen Freiraum zu lassen, dass jeder Charakter eben auch genug entwickelt werden kann. Und so finde ich an der Stelle, dass zum Beispiel der Charakter von Michael Keaton meiner Meinung nach ein bisschen unterrepräsentiert ist, da ich mir von ihm einfach mehr gewünscht hätte. Er bekommt meines Erachtens nicht so viel Zeit auf der Leinwand zugeschrieben. Und das finde ich schade, weil ich mir eigentlich gerade Michael Keaton mehr oder weniger die Hauptrolle des Films vorgestellt habe. Und nichtsdestotrotz aber zum Beispiel Rachel McAdams einen sehr guten Part spielt. Die hat viel intensive Szenen auch und die spielt sie auch alle, wie soll ich sagen, die spielt sie auch alle wirklich gut und hat da eben auch ihre eigene Oscar-Nominierung verdient. Aber generell fällt es halt immer schwer zu sagen, da jetzt einen Charakter ganz genau herauszuheben, außer wahrscheinlich den von Mark Ruffalo. Aber das Ensemble-Stück funktioniert eben meiner Meinung nach nur bedingt. Zum Ende wird er dann nochmal ein bisschen besser, weil er sich dann eben so ein bisschen mit den Charakteren auseinandersetzt, weil er auch so ein bisschen den Zuschauern Spiegel vorhält im Sinne von, ist das jetzt moralisch richtig? Wie ethisch korrekt müssen wir handeln? Und das ist aber halt ein bisschen zu wenig, meiner Meinung nach, wenn es dann darauf hinausläuft, dass es all das in den letzten 15 Minuten des Films gibt. Ja, wie gesagt, schlussendlich muss ich sagen, wenn ihr auf solche schweren Oscar-Dramen steht, dann würde ich nicht zu Spotlight raten, sondern vielleicht eher nochmal bei Amazon gucken, ob ihr für einen Fünfer Dallas Buyers Club kriegt, weil der in jeder Hinsicht wirklich eine gute Kante besser ist als der und eine ähnliche Thematik, na gut, natürlich nicht eine ähnliche Thematik, aber eine ähnlichere, schwere Thematik behandelt. Und deswegen verbleibe ich bei Spotlight aufgrund der letzten 20 Minuten, die noch gut waren mit einer, ja, ich weiß es nicht so. Deshalb muss ich auch sagen, dass ich in Spotlight mit wesentlich höheren Erwartungen reingegangen bin, vor allem, weil er eben so viele Oscar-Nominierungen schon hat, ja, und deswegen war es klar, dass ich von dem Film viel erwartet habe. Er konnte mir in einigen Belangen, auf jeden Fall, hat er auch dem, was ich mir erwartet habe, entsprochen, aber eben auch in vielen und leider in mehr hat er dem nicht entsprochen. Deshalb würde ich Spotlight auch nur eine 7 von 10 geben. Ich empfehle es euch trotzdem, euch den Film anzugucken, weil er die Thematik, mit der er spielt, die zeigt er eben wirklich brauerös und es ist auch eben wichtig, dass auf sowas immer wieder aufmerksam gemacht wird. Nee, weißt du was, ich gebe doch 5 von 10. 5 von 10 für Spotlight, mehr wird es leider nicht. Es war ein Film, den man sich, ja, den kann man sich schon angucken, weil es eben die Thematik näher bringt, aber mehr als eine Dokumentation ist es dann halt nicht. Und die Oscar-Nominierungen waren für mich jetzt auch nicht so mega verdient. Was aber verdient, ist es jeder Daumen hoch, den ihr für dieses Video gebt. Dazu fordere ich euch nämlich jetzt auf. Folgt mir auf Twitter und Spotlight out. Das war's. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.